Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr beim Messenger die Benachrichtigung aktivieren könnt. Zunächst einmal geht ihr auf Einstellung, scrollt runter, bis ihr auf den Punkt Messenger kommt und dann müsst ihr einfach hier die Benachrichtigung aktivieren. Über ein Like und ein Abo würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.